Hi Leute, herzlich willkommen bei dem Video. Heute seht ihr ja, wir spielen heute LKW Simulator 18 auf meinem Samsung Galaxy J3. Motor starten, Rückspiegel einstellen. Ich könnte ja auch das Radio anmachen. Heute mal wahrscheinlich erst später. Gang einschalten, ist drin. Da müssen wir unseren Einhänger abholen. Der ist da dran. So. Müssen wir natürlich auch mal hier drehen, damit wir ihn überhaupt dran bekommen. Rückwärtsgang eingestellt hier. Okay, so. Müssen wir eigentlich nur noch rückwärts fahren. So, jetzt müsste es genau passen. Ja, da ist es auch. Gang nach vorne. Und jetzt gehen wir in die Innenperspektive. So. Dann können wir auch mal direkt starten. Okay, so. Immer den Blinker setzen hier. Müssen wir an der anderen Seite gucken. Kein Auto. Gar nichts kommt. Also können wir fahren. Dann können wir gleich nochmal den Blinker anschalten. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen geradeaus und dann müssen wir auch abbiegen. Okay. Untertitelung. BR 2018 So, jetzt müssen wir rechts. Könnt ihr eigentlich auch auf dem Navigator sehen, wo wir lang müssen. So, jetzt sind wir auf der Autobahn. 70 kmh, 71 kmh. Wir werden immer schneller, aber hier müssen wir langsamer werden, weil hier sind diese Grenzkontrollen oder so. Und wenn man da zu schnell fährt, dann fährt man irgendwo dagegen. So, und schon fertig und wir können weiterfahren. Und direkt mal eine Baustelle. Es kommt kein Auto. Dann können wir die Spur wechseln. Wohl eher keine Baustelle, sondern ein Unfall. Die Polizei, Notarzt, Autounfall hier auf der Autobahn. Blinker wieder setzen. So, also schlafen müssen wir noch nicht, aber wir könnten ein bisschen hier langfahren, weil dann kürzen wir auch ein bisschen die Straße ab. So, also schlafen müssen wir noch nicht, aber wir könnten ein bisschen die Straße ab. So, also schlafen müssen wir noch nicht, aber wir könnten ein bisschen die Straße ab. So, also hier sieht man manchmal hier Flugzeuge an der Seite. Einen Flughafen sieht man hier. Sogar unten Traktor. Warte mal eine Tankstelle, fahren wir mal gleich an. Viel besser vorher zu tanken als spät zu tanken, weil dann habt ihr keinen Tank mehr und ihr könnt es einfach nicht bis zur nächsten schaffen. So, jetzt sind wir vollgetankt und können weiterfahren. So, jetzt sind wir wieder auf der Autobahn. Dann sieht man da sofort ein Audi, der da entgegenfährt, beziehungsweise an uns vorbeifährt. So, ... ... ... Leute, gebt ein Like oder schreibt Hashtag Schule, wenn ihr morgen wieder Schule habt. Oh, wieder hier Grenzkontrollen. So. 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 diese Spur hier. Wir müssen gleich runter von der Autobahn. So, und wir sind gleich da. Direkt mal den Blinker hier setzen. So. 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 Warnblinker ein, falls die Autos kommen, dass die Sehner hat, der fährt direkt in der Mitte, weil hier ist einfach kein Platz wirklich für mehrere Personen, also für mehrere Fahrzeuge. Der fährt direkt in der Mitte, 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 der fährt direkt in der Mitte. So Leute, und wir sind da, und das war es mit diesem Video von Autotruck Simulator. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, und ja, abonniert meinen neuen Video, Kanal. Ja. Ja. Ja.